Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit dir über 8 unterschiedliche realistische Strategien sprechen, mit denen du über 10.000 Euro im Monat verdienen kannst. Ich möchte diesbezüglich natürlich nicht mit dir über 10.000 Euro Umsatz sprechen, ich möchte mit dir hier über einen Bruttogewinn von 10.000 Euro pro Monat sprechen. Ich weiß natürlich nicht, welche Steuerklasse du hast, beziehungsweise welchen Steuersatz du zahlst. Wir sprechen also hier nur über 10.000 Euro Bruttogewinn, natürlich gehen davon auch nochmal Steuern ab. Ich möchte dir hier in diesem Video vor allen Dingen Strategien zeigen, die für dich umsetzbar sind. Ich möchte dir jetzt nicht irgendwelche Dropshipping-Konstrukte hier vorstellen, obwohl ich von Dropshipping eigentlich relativ viel halte, bloß nicht für Beginner, weil zum Beispiel Dropshipping eins von diesen Business-Modellen ist, wo du halt, sag ich jetzt mal, von steuerlicher Hinsicht einige Dinge wissen solltest, wo auch, sag ich jetzt mal, der eigentliche Aufbau relativ komplex ist, wo du viel Geld brauchst, um, sag ich jetzt mal, erst mal Ads zu testen, den Shop aufzubauen und so weiter und so fort. Solche Business-Modelle möchte ich mit dir hier in diesem Video nicht angehen. Ich möchte mit dir eher über relativ einfache Business-Modelle sprechen, die du relativ schnell aufsetzen kannst und vor allen Dingen, die auch ziemlich kostengünstig sind. Das erste Business-Modell, über das ich mit dir sprechen möchte, mit dem ich derzeit knapp 10.000 Euro im Monat verdiene, ist dieses Business-Modell hier, nämlich Kindle Publishing. Ich denke, die meisten von euch haben sicherlich bereits von Kindle gehört. Wenn ihr nicht selbst schon Bücher hier publiziert habt, habt ihr möglicherweise schon mal auf Amazon gesehen, dass es halt diese Optionen gibt, hier Bücher zu kaufen. Und Amazon Kindle ist zum Beispiel eine von diesen Einnahmequellen, die ich persönlich sehr gut für Anfänge finde, weil zum einen das Ganze steuerlich sehr einfach ist, ist von der Buchhaltung sehr, sehr einfach. Das Business-Modell ist relativ einfach und du musst halt einfach dafür sorgen, dass du Content lieferst. Ein Großteil vom Marketing wird über die organische Reichweite von dieser Plattform bereits durch die Plattform geliefert. Was genau ist Kindle Publishing? Kindle Publishing ist einfach nur eine Option, mit der du Geld verdienen kannst. Du musst hier auf der Plattform Bücher publizieren. Diese Bücher müssen, soweit ich weiß, mindestens 24 Seiten lang sein, obwohl ich dir nicht empfehle, extrem kurze Bücher zu schreiben. Du solltest hier vor allen Dingen darauf achten, Bücher zu schreiben, die über die Plattform gut ranken. Das sind meist halt Non-Fiction-Bücher. Das heißt, du schreibst Bücher zu zum Beispiel nicht unbedingt wissenschaftlichen Themen, aber zumindest fachlichen Themen, sei es zum Beispiel dem Thema Marketing oder Ernährung oder du schreibst ein Kochbuch oder du schreibst eine Anleitung oder du ergibst deine Erfahrung weiter in Form halt von fachlichen Büchern. Diese musst du dann SEO-technisch noch so optimieren, dass du die richtigen Keywords verwendest, sodass das Buch hoffentlich hier über die Plattform gefunden wird. Und dann, sobald das Buch draußen ist, solltest du dich vor allen Dingen halt um solche Dinge kümmern, wie zum Beispiel Bewertung generieren, vielleicht ein bisschen Marketing machen, aber eigentlich bedarf es eigentlich nur den Bewertungen, nämlich die sind halt das A und O für ein erfolgreiches Ranking auf der Plattform Amazon. Eine Sache hinsichtlich KDP, steuerlich ist das Ganze ziemlich simpel und ich sage mal, ja, dass das Steuerliche hier natürlich auch immer wichtig ist, nämlich gerade wenn du halt ein Anfänger bist und du kennst dich noch überhaupt nicht mit dem Steuern aus, zum Beispiel hier ist es so bei Kindle, dass halt Kindle bzw. die Plattform Amazon für dich jegliche Umsatzsteuern abführt. Das heißt, in deinem Land, wo du halt wohnst, zahlst du dann nur noch auf deine Einnahmeeinkommensteuer bzw. Soli, falls du genug verdienst, weil bald kommt ja wie gesagt dann so eine Änderung zum Soli oder wenn du halt noch in der Kirche bist, zahlst du dementsprechend noch Kirchensteuer, aber sonst, wie gesagt, du musst dich jetzt nicht um die Umsatzsteuern in den ganzen unterschiedlichen Ländern kümmern, nämlich gerade wenn du halt ein Buch hast und du verkaufst das in viele, viele Länder auf eigene Faust, dann kann es halt gut sein, dass wenn du es als digitales Produkt verkaufst, du halt in diesen Ländern umsatzsteuerpflichtig werden würdest und da, wie gesagt, übernimmt Kindle doch schon oder da nimmt Kindle dir einiges ab. An sich, die Strategie dahinter ist einfach nur die folgende, versuch halt viele gute Bücher zu publizieren, versuche vor allen Dingen auch nicht, sag ich jetzt mal, faul zu werden, wenn du merkst, ein Buch lohnt sich, sondern nein, halt versuch mehr von dem zu machen, was funktioniert. Es gibt zum Beispiel ein tolles Keyword Research Tool, das ich dir sehr empfehlen kann, das ist Helium 10 oder die Plattform Publisher Rocket, beide Tools finde ich sehr sinnvoll. Du solltest also praktisch dich vorher auch schon mal informieren, welche, sag ich jetzt mal, welche Bücher denn tatsächlich profitabel sind, welche Themen profitabel sind und dann musst du, wie gesagt, das Buch nur noch selbst schreiben oder du lässt das schreiben von zum Beispiel einer Person auf Upwork oder Fiverr, brauchst dann nochmal eine Person oder du machst es selbst und formatierst halt das Buch und dann brauchst auch nochmal einen Coverdesigner und wenn du diese drei Dinge erledigt hast, nämlich Text, Formatierung und Cover, dann kannst du das Buch hier hochladen und dann über diese Plattform Geld verdienen. Wenn du dein Buch noch auf anderen Plattformen publizieren möchtest beziehungsweise über sogenannte Distributionstools verkaufen möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall die Distributionstools Smashwords und Lulu empfehlen. Das sind eigentlich mit so die größten Plattformen in diesem Bereich. Eine weitere Einnahmequelle, die zu meinen größten Einnahmequellen gehört, ist diese hier namens Udemy.com. Ich denke, die meisten von euch haben sicherlich schon einige von meinen Udemy-Kursen gesehen und ich bin immer grundsätzlich ein riesiger Fan von Udemy, weil Udemy damals meine allererste Einnahmequelle war und ich kann auch jedem von euch nur empfehlen, auf Udemy zu publizieren, weil im Gegensatz zum Beispiel zu Plattformen wie Amazon Kindle hast du hier noch den großen Vorteil auf Udemy, dass praktisch dort noch sehr, sehr wenig Konkurrenz existiert. Obwohl du vielleicht jetzt den Begriff schon mal eingeben wirst, der dich interessiert, sagen wir mal, du kennst dich aus mit Facebook-Marketing und auf einmal siehst du meine Kurse und denkst, Mann, da kann ich ja nicht gegen ankommen, der hat ja schon so viele Kurse mit so vielen Bewertungen, kann ich dir jetzt schon mal vorneweg sagen, glaub mir, du wirst hier noch sehr, sehr schnell erfolgreich werden können. Es gibt noch sehr, sehr viele freie Plätze, sage ich jetzt mal, auf der Plattform und wenn du beispielsweise einen guten Kurs abliefern kannst und du kennst dich mit dem Thema aus, dann wirst du halt hier auch richtig, richtig gutes Geld verdienen können. Ich, wie gesagt, bin ein sehr, sehr großer Freund von Udemy. Udemy ist auch wieder steuerlich sehr, sehr einfach. Die führen für uns jegliche Transaktionssteuern ab, sei es nun Umsatzsteuer oder halt international genannt VAT oder auch zum Beispiel GST. Das, wie gesagt, übernimmt jetzt alles Udemy für uns, übrigens auch Sales Tax in den USA. Das heißt, wir zahlen einfach nur noch auf den Nettobetrag von den Einnahmen hier in Deutschland die jeweiligen Steuern, also zum Beispiel Einkommenssteuer oder zum Beispiel Kirchensteuer oder zum Beispiel halt den Soli. Dann weitere Einnahmequellen, die ich dir sehr vorschlagen kann und das ist zum Beispiel eine Einnahmequelle, die ich mir derzeit am Aufbauen bin. Das ist zum Beispiel eine Einnahmequelle, wo ihr euch jetzt sicherlich fragt, warum stellt ihr die Vorwerte damit noch selbst nicht über 10.000 Euro im Monat verdient? Weil ich nämlich sehr gute Freunde habe, die damit tatsächlich mehr als 10.000 Euro im Monat verdienen und ich dachte, es gehört einfach hier in dieses Video rein. Nehme ich nochmal die beiden Einnahmequellen, die ich euch gerade gezeigt habe. Das sind halt mit meine größten Einnahmequellen, bloß es gibt natürlich noch andere Einnahmequellen, die ich mir jetzt am Aufbauen bin, wo ich aber selbst noch nicht so viel verdiene, wie es vielleicht der Videotitel sagt, nämlich 10.000 Euro im Monat. Authors Republic ist eine Plattform, die ich euch sehr empfehlen kann, nämlich hier handelt es sich um eine Plattform für Audiobücher. Übrigens ist das Ganze auch hier wieder steuerlich, sehr einfach gemanagt, nämlich die führen für euch jegliche Sales Taxes ab, nämlich die verkaufen praktisch eure Bücher, vor allen Dingen halt in den Vereinigten Staaten und mir in der E-Mail hatten sie geschrieben, dass sie halt jegliche Umsatzsteuern abführen, falls welche anfallen sollten, im internationalen Bereich halt VAT, also Value Added Taxes genannt und in den USA führen sie halt für uns Sales Taxes ab. Das ist schon mal super. Ich bin natürlich jetzt kein Steuerberater, deswegen bitte, 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 sprecht nochmal über all diese Themen mit eurem Steuerberater. Ich kann euch nur das sagen, was ich halt gelesen habe, auf den Plattformen, beziehungsweise in den AGBs, beziehungsweise was ich dann via Mail zum Beispiel vom Support an Nachrichten bekommen habe. Und hier hatte ich zum Beispiel nachgefragt, die, wie gesagt, führen für uns jegliche Umsatzsteuern ab, was wir einfach nur machen müssen, ist, wir müssen unsere Bücher hier hochladen, unsere Audiobücher und dann können wir hier über die Plattform Geld verdienen. Es ist wirklich so einfach, wie es sich anhört. Du brauchst halt wirklich nur ein Audiobuch produzieren, dieses Audiobuch wird dann hier über die Plattform hochgeladen und zack, verdienst du damit Geld, falls das Audiobuch ankommt. Hier musst du dich noch nicht mal um Bewertungen scheren, nämlich hier ist es wirklich einfach nur so, wenn du ein gutes Audiobuch hast und es gibt halt eine Audience dafür, dann wird diese Audience auch dieses Buch wahrnehmen, weil halt diese Plattform Office Republic weltweit diese Bücher verkauft, überall hat diese Bücher promotet und du dann halt über diese Plattform gigantische Reichweite bekommst. Es gibt dazu auch noch mal ein weiteres Pendant und dieses Pendant nennt sich Findaway Voices. Findaway Voices ist auch eine Plattform, die ich sehr empfehlen kann, wo auch sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gutes Geld verdienen, indem sie halt hier ihre Bücher hochladen. Steuerlich sieht es ganz genauso aus wie auf der Plattform Authors Republic und genau deswegen kann ich euch diese Plattform hier auch nur sehr, sehr empfehlen. Nochmal, ich bin natürlich kein Steuerberater, bitte checkt das alles noch mal mit eurem Steuerberater ab, bloß, wie gesagt, ich kenne mich mit diesen Einkommenströmen sehr gut aus, aber wie gesagt, fragt es einfach noch mal nach. Eine Sache, die ich euch noch sehr empfehlen kann, ist die folgende, nämlich baut eure eigene Infrastruktur auf. Zum Beispiel ein sehr, sehr einfacher Weg, wie ich mir eine sehr große Einnahmequelle aufgebaut habe, ist über meine eigene Online-Akademie myteachinghero.com. Ich möchte jetzt nicht in diesem Video irgendwie diese Akademie hier promoten, es ist bloß einfach nur eine finanzielle Infrastruktur, die mir halt große Freiheiten liefert. Nämlich, wenn du zum Beispiel auf diesen ganzen Plattformen publizierst, sei es zum Beispiel Kindle, sei es zum Beispiel Findaway Voices, sei es zum Beispiel Authors Republic und so weiter und so fort, dann bist du natürlich auch irgendwie immer ein wenig abhängig von diesen Plattformen. In meinem Fall ist es halt so, ich habe meine eigene Plattform, hierüber verkaufe ich meine eigenen Kurse und hierüber verkaufe ich Coachings und so weiter und so fort und ich kann natürlich über diese Plattformen mir eine gigantische Sicherheit schaffen. Und vor allen Dingen, das Schöne ist an dieser Plattform, dass ich halt meine eigenen Preise bestimmen kann. Diese Preise ändern sich nie. Ich kann über alles bestimmen, was ich möchte und ich kann natürlich auch sehr zweckgebunden diese Akademien aufbauen. Zum Beispiel, das ist halt meine Akademie für alle von meinen Online-Kursen. Ich baue jetzt derzeit noch eine zweite Akademie auf, die wird höchstwahrscheinlich Mandarin Hero oder sowas heißen oder Mandarin Schule Online oder all sowas oder Chinesisch lernen oder so, weil ich nämlich früher in China für eine lange Zeit lebte und ich halt Leuten Mandarin beibringen möchte und ich habe dort mich mit dem Chinesen zusammengetan, der für mich einige Dinge macht und wir bauen halt zusammen eine Akademie auf, die dann schlussendlich nur mir gehören wird, aber das ist dann zumindest für mich nochmal eine weitere, sehr gute finanzielle Infrastruktur. Es ist natürlich sehr, sehr gut, wenn du da ein bisschen auch Reichweite hast, nämlich du wirst nicht einfach nur eine Akademie starten können und auf einmal kommen die Sales rein, sondern es ist eher halt sinnvoll, wenn du beispielsweise noch einen großen, sag ich jetzt mal, YouTube-Account hast oder eine große E-Mail-Liste oder was auch immer und ich denke zum Beispiel, ein sehr guter Weg, sich Reichweite aufzubauen, ist über YouTube und genau deswegen mache ich so viele YouTube-Videos, weil natürlich YouTube für mich ein, sag ich mal, ein Rad ist, das sich immer weiter dreht und mir immer mehr Sales generiert und mein persönlicher Tipp an dich wäre auch einfach, versuche wirklich YouTube-Videos zu publizieren. Ich gebe dir noch nicht mal einen Tipp, bau dir Social Media auf, sondern nein, fokussiere dich wirklich auf YouTube. YouTube ist derzeit der Ort, wo du meines Erachtens am meisten Reichweite generieren kannst, wo du gigantische Einnahmen generieren kannst und wo du halt vor allen Dingen auch weiterleiten kannst. Nämlich zum Beispiel jetzt auf Instagram, wenn ich da meine Links poste zu meiner eigenen Akademie, da werden vielleicht auch mal ein paar Leute drauf kommen, aber da werden jetzt nicht so viele Leute kaufen, wie jetzt würde ich halt in Videos den Leuten erklären können, sag ich jetzt mal, warum sie es kaufen sollten und so weiter und so fort. Übrigens auch nochmal zu dieser Mandarine-Akademie, die ich derzeit am Aufbauen bin, das zum Beispiel ist auch für mich ein genialer Einkommensstrom, weil ich halt diversifiziere. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel andere Sparen beizubringen, habe der für meine eigenen Akademien. Ich habe Leute, die mir monatlich Geld bezahlen, zum Beispiel hier auch über meine monatliche Mitgliedschaft, die ich auch auf meiner eigenen Akademie gehostet habe und ich kriege halt jeden Monat Geld ausbezahlt. Das heißt, ich muss nichts tun und ich kriege das Geld jeden Monat. Und alleine von dem Geld, das ich durch meine Mitgliedschaften hier auf MyTeachingHero generiere, kann ich easy leben. Also wirklich, das ist genug Geld, damit ich, sag ich jetzt mal, leben kann. Es ist nicht irre viel. Ich glaube, durch die Mitgliedschaften kommen derzeit ungefähr 1500 Euro im Monat rein. Das ist jetzt für einige von euch sicherlich viel. Für mich ist es halt, sagen wir so, es ist halt keine horrende Summe, aber es ist halt dennoch eine Summe Geld, wo ich sage, okay, davon kann ich mir zum Beispiel, kann ich schon mal eine Krankenversicherung zahlen, davon kann ich eine Wohnung mir vielleicht kaufen oder nicht kaufen, aber halt mieten, kann vielleicht ein bisschen Essen und so weiter kaufen. Davon kann ich schon eigentlich leben, gerade wenn ich ein bisschen sparsam bin. Die meisten Sales kommen aber hier auf MyTeachingHero durch mein eigenes Coachingprogramm und halt durch einzelne Kursverkäufe. Und so komme ich halt dann auf diese Summe von mehr als 10.000 Euro pro Monat, obwohl ich derzeit nicht jeden Monat mit MyTeachingHero über 10.000 Euro im Monat mache. Ich war mal früher bei weit mehr als 10.000 Euro mit dieser Plattform, bin es aber nicht mehr, weil ich für lange, lange Zeit die Plattformen, ja, rumdümpeln habe lassen und jetzt bin ich wieder halt aktiv dabei, die Plattform aufzubauen. Ein weiterer sehr großer Einkommenstrom bei mir ist zum Beispiel mein eigenes Coachingprogramm. Und ohne, dass ich euch jetzt hier irgendwie wieder Werbung vorballere, ich versuche halt immer, so viele Coachingkandidaten wieder irgendwie möglich anzunehmen und Leuten wirklich weiterzuhelfen. Und der beste Weg meines Erachtens, um Geld zu verdienen und gleichzeitig Leuten zu helfen, ist ein Coachingprogramm anzubieten. In meinem Fall ist es so, dass ich einen Großteil meiner Coachingkandidaten natürlich über myteachingeuro.com generiere und natürlich auch über meinen eigenen YouTube-Kanal. Und weil ich halt diesen YouTube-Kanal habe und weil ich halt dieses Coachingprogramm habe, kann ich natürlich die Leute von YouTube holen, bringen sie halt zu meinem eigenen Coachingprogramm und dann habe ich viele Leute, die mir zum Beispiel monatlich Geld dafür bezahlen, dass ich sie coache. Zum Beispiel jetzt insgesamt, wenn ich alle Leute zusammenziele, die ich wiederkehrend in meinem Coachingprogramm drin habe, sind das alleine ungefähr 2.500 bis 3.000 Euro pro Monat, die ich damit passiv reinkriege. Das heißt, ich weiß schon so oder so, dass ich ungefähr, sag ich jetzt mal hier aus der monatlichen Mitgliedschaft plus halt andere monatliche Mitgliedschaften auf dieser Akademie hier 1.500 Euro machen werde, dann habe ich vielleicht nochmal so 3.000 Euro, die ungefähr hier reinkommen, durch Coachings, dann habe ich hier nochmal 5.000, dann nochmal 10.000 und so weiter und so fort und so kann ich mir halt riesige Einnahmequellen aufbauen. Deswegen, in meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass meine einzelne Einnahmequelle nicht unbedingt 10.000 Euro beträgt, aber weil ich halt so viele Einnahmequellen habe, kann ich halt mir viele, 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 viele unterschiedliche Einnahmequellen aufbauen und damit viel öfter den Betrag von 10.000 Euro erreichen. Wie jetzt würde ich mich nur auf eine einzige Einnahmequelle fokussieren und damit probieren, ja wollen, einmal 10.000 Euro zu erreichen jeden Monat. Genau, das Coachingprogramm macht derzeit über 10.000 Euro im Monat, das heißt, das ist für mich ein Weg, ja, wie gesagt, gutes Geld zu verdienen. Es ist natürlich auch sehr hilfreich für die Person, die daran teilnimmt. Übrigens, wenn du dir mit mir ein persönliches Coachingbuch möchtest, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung, dort befindet sich ein Link zu meinem Coachingprogramm, würde ich wirklich gerne willkommen heißen und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann stehe ich natürlich auch während des Coachingprogramms vor und nach dem Coaching jederzeit zur Verfügung und helfe dir gerne, dein eigenes Online-Business aufzubauen. Okay, dann noch eine weitere Einnahmequelle, die sich für mich als sehr, sehr lukrativ herausgestellt hat, ist natürlich ein T-Shirt-Business. Du kannst mit deinem T-Shirt-Business auch jetzt noch mindestens 10.000 Euro im Monat verdienen. Natürlich ist hier aber der wirklich springende Punkt, dass du nicht nur auf einer einzigen Plattform deine T-Shirts publizierst, sondern auf haufenweise Plattformen. Für all die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein T-Shirt-Business ist, ein T-Shirt-Business funktioniert einfach auf oder basiert auf einem relativ einfachen Konzept. Du erstellst Designs, diese Designs werden hochgeladen auf sogenannte Marktplatz-Plattformen. Auf diesen Marktplatz-Plattformen werden dann diese T-Shirt-Designs angeboten. Wenn das T-Shirt-Design verkauft wird, dann wird es von der Firma, von dem Marktplatz auf den Rohling draufgedruckt und wird dann an den Kunden verschickt. Und du, wie gesagt, musst dir da keinen Kopf machen, um auch das Verschicken und so weiter und so fort. Du kriegst da praktisch nur am Ende eine Provision für jeden Verkauf ausbezahlt. Mein persönlicher Tipp ist diesbezüglich einfach an dich. Geh auf Masse, geh auf Qualität und versuch natürlich auch, nicht nur auf einer Plattform quantitativ und qualitativ gut zu sein, sondern halt auf vielen Plattformen zur selben Zeit. Da kannst du zum Beispiel solche Tools verwenden wie Lazy Merch, damit du halt einfach auf mehreren Plattformen zur selben Zeit uploaden kannst, ohne dir jetzt da irgendeinen Kopf machen zu müssen, dass du, wie gesagt, vielleicht nicht genug Zeit hast, um auf jeder Plattform zu publizieren. Dann nochmal eine weitere Einnahmequelle, die mich persönlich extrem fasziniert und die ich sehr, sehr gerne aufbauen würde, die ich bisher noch nicht aufgebaut habe, wo man aber, und ich glaube, das ist einfach nur ein logischer Gedankengang, wo du definitiv mehr als 10.000 Euro im Monat verdienen kannst, ist natürlich mit Events. Ich meine, wenn du schon eine relativ kleine Bente bist und du hast da jetzt mal ein paar hundert Leute in deiner Konzerthalle drin, dann wirst du da höchstwahrscheinlich schon in einem Abend, natürlich jetzt nicht unbedingt netto, aber über 10.000 Euro verdienen. Und gerade für mich als eine Person, die Leuten beibringt, wie man Online-Business aufbaut, für mich ist es relativ einfach, sagen wir mal 10, 20, 30 Leute in den Raum zu bekommen und halt diesen Leuten zu zeigen, wie man Online-Business aufbaut. Deswegen, gerade für das Jahr 2020, das jetzt gerade vor der Tür steht, wenn ich dieses Video aufnehme, da wird es natürlich mein Ziel sein, auch physische Events anzubieten und damit nochmal eine weitere Einnahmequelle aufzubauen. Und sonst natürlich, ein weiteres Business, das ich auch derzeit am Skalieren bin, ist meine eigene Agentur. Nämlich, es ist natürlich jetzt nicht eine Agentur für Arbeit, wie ihr hier vielleicht seht, sondern nein, natürlich eine Agentur, eine sogenannte Kindle-Agentur. Nämlich, ich versuche, anderen Leuten dabei zu helfen, Kindle-Business aufzubauen und wie übernehmen halt das Schreiben von den Büchern. Du kannst dir natürlich vorstellen, gerade wenn du, sag ich jetzt mal, eine Agentur aufbaust in einem Bereich, wo die Leute immer wieder ein bestimmtes Produkt brauchen, wie zum Beispiel eine T-Shirt-Business-Agentur oder zum Beispiel eine Kindle-Business-Agentur, wo die Leute immer mehr T-Shirts oder immer mehr Kindle-Bücher brauchen, um auf diesen Plattformen erfolgreich zu werden. Damit kannst du natürlich eine gigantische Einnahmequelle aufbauen und das, wie gesagt, ist mein Ziel auch für das kommende Jahr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit über 10.000 Euro im Monat generieren werde und das, entschuldigt, wenn sich das immer so ein bisschen großkotzig anhört, ich versuche das bloß einfach nur realistisch zu sehen, weil ich bisher mit der Agentur und ich habe sie ja inoffiziell schon irgendwie gelauncht, bisher meistens 8.000 bis 9.000 Euro verdient habe, obwohl ich noch überhaupt nicht diese Agentur offiziell jetzt irgendwie groß angekündigt habe. Ich habe sie mal in den Videos erzählt oder habe da mal darüber berichtet und ich habe schon Anfragen bis zum Gehen nicht mehr bekommen und gerade wenn ich das jetzt groß launche, gehe ich davon aus, dass das Ding mindestens 10.000 Euro im Monat macht. Okay, das waren aber jetzt unterschiedliche Wege, wie du Geld verdienen kannst. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir vielleicht noch weitere Wege irgendwie nennen könntest oder wenn du sagst, okay, ich verdiene mit irgendwas über 10.000 Euro, ich glaube, dann werden die anderen Leute sich auch sehr, sehr freuen, die dieses Video schauen und werden vielleicht sicherlich auch da mal mit dir schreiben. Deswegen, wenn du Ideen hast, wenn du Vorschläge hast, wenn du Fragen hast, wenn du Kritik äußern möchtest, schreib es gerne in die Videobeschreibung oder in die Kommentarsektion rein. Ich kommentiere auch immer gerne, ich antworte auf jegliche Fragen und gebe natürlich auch mein Bestes, dort, wie gesagt, sehr, sehr aktiv zu sein. Übrigens, wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann geh doch gerne in die Videobeschreibung, dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.